Und, hallo, Wohnwagen 3 und Wohnwagen 2. Okay, und wieder ein paar Hecken. Ne, hier geht es nicht. Machen wir hier noch ein bisschen und dann ist es gut. Ja, okay. Das sieht ja schon mal gut aus. Können wir mal einen Weg hinführen. Aber wie ich das mache, weiß ich jetzt auch nicht. Ich mache mal hier einen Weg. Und hier einen Weg. Und diesen Weg mache ich mal so. Kostet das hier was? Ja. Ich glaube, das weiß jetzt gar nicht mit den... Ist ja auch eine Bilanz oder sowas. Campingplatz-Gewertung 4 Sterne. Oh, ist doch schön. Versorgung. Versorgung. Ach so. Dazu bräuchte ich jetzt noch... Genau, deshalb wollte ich jetzt nächstes machen. Baue ich mal so ein paar... Einen Kiosk hier hin. Hier noch ein Kiosk. Und... Kaffee. Äh... Eis. Joa, okay. Und dann vielleicht noch... Können wir mal... Was gibt es denn hier noch so? Einen Trambolin. Aber das mache ich nicht hier hin. Sondern woanders. Aber jetzt nicht. Gucken, was es hier noch so gibt. Vielleicht Laternen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.